Das Wichtigste in unseren Bibliotheken ist die Kundenzufriedenheit. Immer mehr Kunden kommen mit ihren Endgeräten in unsere Bibliothek, um zu arbeiten oder auch einfach um ihre Freizeit zu genießen. Aber was ist, wenn der Akku nicht mitspielt? Zu attraktiven Arbeitsplätzen in öffentlichen Bibliotheken gehört selbstverständlich eine Stromversorgung und das nicht nur für bibliothekseigene, sondern auch für mitgebrachte Endgeräte. Nicht irgendwo, sondern unmittelbar in Ladekabelreichweite. Die Anzahl der Endgeräte, die unsere Kunden in die Bibliothek mitbringen, wird eher zunehmen, ob Laptop, Smartphone oder Tablet oder etwas, an das wir bis jetzt noch gar nicht gedacht haben. Endlose Verkettung von Mehrfachsteckdosen und wirrem Kabelsalat werden auch zukünftig keine geeignete Lösung sein. Als Faustregel gilt pro Arbeitsplatz mindestens drei fest verbaute Steckdosen. Und wenn ihr jetzt noch mehr über Steckdosen in Bibliotheken wissen wollt, dann schaut doch einfach in unserer Handreichung nach. Die findet ihr auf unserer Website. Abonniert. Amniert. Untertitelung des ZDF, 2020